Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWender1974 und wir sind bei 4PM, einem, ja, interessenten Indie-Game. Ist mehr Kunst als Game, ihr werdet das gleich sehen. Und wir starten einfach mal. Dann seht ihr schon, wie der Steed ist. Grafisch kann man sich gar nicht beschweren, das ist vollkommen okay. Jetzt wird uns erstmal die Steuerung erklärt. So, können wir hier hingehen. Dass wir hier so seltsam schwanken, ist Absicht. Wir werden auch gleich sehen, warum. Dann kommen wir mal da runter. Gehen wir so ein bisschen in das Logo. Dann müssen wir erstmal hin. Und dann beginnt auch jetzt endlich der Vorschwann. Ja, 4PM, also 16 Uhr nachmittags. Ihr seht schon. Wir haben irgendwie seltsame Flashbacks. Es ist von einem Mann programmiert worden, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Und, ähm, es ist interessant. So, fangen wir mal erstmal an. So. Es ist 10 Uhr morgens. Oder mittags, wie man will. Und da sind wir. Es geht los. Die Instruktion zeig ich eben auch. Ist relativ einfach. Ne? Bewegen. Gehen. Interagieren. Ihr könnt zoomen. Wer ist das, Loser? Whatever. Boah. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas finden. Wo sind's das schon? Das ist aufgebaut. Ein Adventure. So, Clones. Ja, dann ist gut. Und was man hier interagieren kann. Also so. Stil wie Happy Rain oder Beyond Two Souls. Stau, die bewegen sie alle nicht. Nein, das ist das erste Objekt, mit dem wir interagieren können. Nein, das ist das erste Objekt, Caroline. Tja, Caroline. Unsere Protagonistin hat wohl ein Feeble für. Ich nenn's mal einfach flüssigen Mut. Das Schwanken ist echt klasse. Wir haben ein bisschen total geschoben. steht im Stau. Sonst passiert da irgendwie nicht viel draußen. Wenn sie gucken willst du natürlich auch nicht, ist klar. Wollen wir mit irgendwas um erstmal guten Daumen mal vielleicht zu helfen, damit sie hier nicht so rumtickt. Ah, da sind Sachen zu mir angehören und da ist ein Weg. Ich fahre mal nochmal an. Was erzählt uns denn der Anrufbeantworter? Ich hoffe, Sie sehen uns bald. Aha, hat sie wohl mehr als ein Problem. Caroline, honey, es ist deine Mutter. Ich wollte nur hören, wie du bist. Es ist schon lange und ich... Willst du nach Hause dieses Christmas kommen? Es wäre wirklich großartig, dich zu sehen. Insofern, das ist nicht was ich... Ich wollte nur fragen, wie du bist. Ich weiß, du bist beschäftigt. Ich hoffe nur, dass der Job noch nicht weiterkommt. Du solltest wirklich nach Hause kommen und versuchen, Ben zu treffen. Ich weiß, dass du dich nicht erlaubt, aber seitdem... Er macht mich glücklich. Und du solltest auch sein. Du bist kein Warn, honey. Ja, komm, Mädel. Lass mal auf dein Bein. Ja, die anonymen Alkoholiker. Darauf wären wir, glaube ich, schon gekommen, nach diesen unauffälligen Hinweisen. Okay. Das soll jetzt höchstwahrscheinlich Caroline sein. Ich hoffe mal nicht, dass sie auf ältere Kerne steht. Sag ich mal einfach so. So, du könntest mal eine gute Dusche nehmen. Willst du aber nicht. Bist du denn ein Gamer? Also bitte. Boah. Schmankt aber gewaltig durch die Gegend. Dann komm. Dann können wir nicht äter... Dann können wir nicht äternieren. Da hab ich und hier bei dir. Hey, Panda-Face. Du siehst wie... ... ein perronter Motorrad. Ich nehme es, dass wir letzte Nacht nicht so glücklich haben. Oh, und das ist eine 500 Dollar Ego-Dress, nicht eine Neid-Down-Leute. Well, zumindest gehen wir nach Hause, oder? So, da ist aber nichts mehr, ne? Tja, immerhin hast du was an. Okay, machen wir einfach den Weg. Aha. Okay, gehen wir noch dran. Du hast eine Bezeichnung. Caroline, es ist Keith. Wo du in die Hölle bist? Es ist 10.30 Uhr, und es ist klar, dass du nicht in der Office bist. Oh, crap. Es ist Zeit, Caroline. Wir haben darüber gesprochen, Caroline. Wenn du kalt bist, ist es sehr einfach, dass du mir wissen willst. Ich bin mehr als interessiert. Du bist besser in 5 Minuten durch den Leuchtturm gehen, oder ich habe keine Wahl, aber die HR zu beteiligen. Und diese Zeit wird du nicht von deinem Freund von oben geholfen. Tja, Karriere machst du wohl nicht mehr. Die können wir uns aber auf jeden Fall mal anziehen. Oho. Flaschbacks. Keine guten wahrscheinlich. Mit Keine guten wahrscheinlich. Mit Cucunemenzen. Ja natürlich. Mit Cucunemenzen. Ja natürlich. Das war mal richtig sauber aus, meine Güte. Das freut sich aber vielleicht wahrscheinlich Freddy. Alter. Natürlich. Lady, you're a mess. Seriously. Hängt zu ihr Toilet. Okay. Jetzt muss man wissen, wo die ist. Aber das wird wahrscheinlich groß wie sie nicht. Vielleicht werde ich dieses Spiel auch ein bisschen mehr Zeit geben. Als jetzt hier diese 15 Minuten. Ach, weil sie kack drauf. Was denn soll es? Was denn? Oh, wir dansen. Ich geh davon aus, so gut hat er amt. Ach so. Okay. Jetzt können wir noch wieder was trinken. Jetzt haben wir noch Platz für Neues. Die ist in dem Zustand noch nicht kontrollierbar. Give me a drink. Lady, you're a mess. Seriously. Get her life. worth macht Heinz mit oder? Los lieber es? Hold doch vor mal. Ah, duroidst eine Maschine. Okay. Okay, das ist ein Schablauch. Das ist ein Schablauch. Das ist ein Schablauch. Oh! Dann probiere ich das noch einmal. So, dann muss ich es doch noch ein Weg geben. Da auch noch. Also umdrehen und... ...und... Gib mir einen Ring! Lady, du bist ein Mist. Serious. So. Entschuldigung, das ist ein Entschuldigung. Oh mein Gott. So. 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 Das gilt als Erfolg, ja? Ich vermute mal ja. Hey! So. 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin James. Ja, James. Okay. So. 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 Also. So. Ich bin. I really don't care when you get there. I really don't. Something on your mind, miss? If you don't mind me asking. Christmas. Creeps up faster every year. Not your favorite holiday? Not recently. Tell me about it. I spend it with my ex-wife these days. Really? Everybody's got a tradition. Ours is dinner for two, in the same fight as last year. No kids? Son, let's just say, he's not a family. What do you got planned? I used to go... home. Your folks move? My mom's thinking about getting married after Christmas, so... it's different now. I don't know, I guess for some people holiday season is more of a holiday. New dad, huh? I'm not a family. I'm not a family. Here we are. Have a good day, miss. Before I go to my office, I'm going to get a bit of a room. I can't wait to... I see the pre-computers. I'm gonna get a good day. ... Thanks for joining us, Caroline. I'm sorry, I wasn't here in the time. It's called being late. Alright..at least be honest about what you are. Just get me the report and a proposal. Your time sheet will speak for itself at the end of the month, Polar Bear! What did you say? That's what you are right now. A polar bear. On very thin ice. Hahaha!!! Na we lost it. Das ist bestimmt eine gute Idee da, einfach mal. Schön mal wieder ein bisschen was zu trinken. Toller Plan, glaube ich. F*** das. Ich brauche einen Drink. Woher gehst du, Caroline? Du denkst, das ist lustig? Du bist hier der einzige Schmerz. Sag dir was. Du gehst, mach Spaß. Geh den Rest des Tages aus. Den Rest des Monats. Du bist f***, du kranker. Woher gehst du, Caroline? Du denkst, das ist lustig? Du bist hier der einzige Schmerz. Sag dir was. Du gehst, mach Spaß. Geh den Rest des Tages aus. Den Rest des Monats. Du bist f***, du kranker. Ja. Ich mache den jetzt nicht so aus. Du gehst, lira. Du bist f****** in� deine Schmerz. Sondern, dass in der Schmerz keine so ausgleichen ist. Du gehst, dass ich mir da nicht in die Schmerz bekämpft, was mir da nicht gehört habe, was mir da nicht öffnet ist. Da können wir nicht so ausgleichen. Ich habe da nichts in die Schmerz. Sie werden dort ausgearbeitet. aber ich mache das ernst. Du gehst, dass ich mich da nicht so ausgleichen hab. Das kann ich nicht so ausgleichen. Woher gehst du, Caroline? Du denkst, das ist lustig. Du bist der einzige Platz hier. Du gehst. Geh Spaß. Schau dir den Rest des Tages. Der Rest des Monats. Du bist gefeiert, du trinkt! Und dann werde ich euch das auch zeigen. Wer weiß, was es noch alles gibt, was ich jetzt total verpasst habe, weil ich da einfach zwei Bullen mir reingepfiffen habe. Das war wahrscheinlich nie so gut. Aber gut, wir können es auch noch mal machen. Egal, ihr könnt ja entscheiden, ist das mehr so ein Art-Game, ist das noch ein Indie-Game, ist das überhaupt noch ein Spiel. Ist ja so mal die Diskussion bei diesem Story-Driven-Interactive-Novel hau mich grün. Auf jeden Fall, in diesem Bereich gibt es mehr Indie. Ich bin euer Mr. Werner1974 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.